Was geht ab, meine Gamer? Hi, willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute zeige ich euch mal meinen ersten Eindruck von Ito und ich bin gespannt, ob er denn wirklich Spaß macht oder nicht. Aber bevor es losgeht, wollte ich euch Bescheid sagen. Ich bin heute live auf Twitch, wahrscheinlich schon um 17 Uhr und um 18 Uhr pullen wir twitch.tv. Ich werde auf Ito pullen oder auf seine Waffe. Wie viele Sternenbilder wir für Ito pullen, weiß ich bis jetzt noch nicht. Aber mein Ziel ist auf jeden Fall, so viele Konstellationen für Goro zu kriegen wie möglich und seine Waffe mindestens einmal zu bekommen. Und des Weiteren werde ich wieder im Stream Primal Gems bzw. Urgesteine verlosen. Also wenn ihr Bock drauf habt, kommt auch gerne vorbei. Und dann würde ich mal sagen, lasst uns loslegen mit dem Video. Ich bin sehr gespannt, wie er jetzt drauf ist. Also ich hoffe, dass seine Animationen richtig gut sind und richtig smooth sind und einfach, ja, dass er einfach Bock hat, einfach zu kämpfen. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wundert euch nicht, warum ich jetzt schon Ito testen kann. Ich bin gerade auf dem asiatischen Server. Deswegen kann ich ihn schon, ja, voraustesten und ich bin sehr gespannt. Okay, lasst uns mal kurz angucken hier. Ey, yo, ich mag den Boy, Leute. Ich mag den Boy. Ich mag den jetzt schon irgendwie, von optisch schon einfach, ja, ne? Ey, es fühlt sich cool an. Also es macht Fun, jetzt schon mal, ne? Ohne auf die Gegner zu klopfen. War an, wie er das hochkickt und so. Okay, I like. Was ist das hier? Das ist ja, glaube ich, hier sein Ochse, ne? Sehr cool. Okay, also soweit ich jetzt weiß, ist es auch ein Taunt. Und man kriegt einen Stack. Okay, gut, gut, gut. Ich habe verstanden, ich habe verstanden. Ich darf sich mal loslegen hier. Ein Stack. Und nach dem dritten Schatz kriegen wir den zweiten Stack, soweit ich weiß. Okay, okay. So, jetzt kommen die großen Gegner. Wie jetzt meine Burst eigentlich aktivieren? Dann machen wir einfach mal. Oha, 31.000 war es einfach mal gerade. Wir gucken uns auch gleich mal seine Sternenbilder an. Und seine Talente. Weil ich es noch nicht gesehen habe vorher. Ja, das knallt, ne? Ich mag das. Ich mag es, wie es knallt. I like it, I like it, I like it. Was hat er denn für ein Set? 71 zu 172. Alter, davon träume ich wahrscheinlich mit dem neuen Set. Ey, sag mal ehrlich. Habt ihr auch so viel Pech wie ich bei dem neuen Artefakten-Domain? Junge, ich kriege da gar nichts, ne? 64% Geoschadensbonus. Die Waffe, äh, Rothorn. Okay, das ist ja sein Signature. Und er hat das Vierer-Set. Okay, gut. Ja, ey. Das ist viel zu krass. Über seine Waffen, Artefakte, Sternenbilder und Talente und so weiter werde ich ihn in einem separaten Guide-Video behandeln. Ganz kurz über seine Talente überflogen. Und ja, seine Outre-Attacks sind anscheinend besonders. Alle paar Angriffe kriegt er so eine Stapelung, super starke Superkraft. Und die wird ihm nützlich zu seinem heftigen Schlag. Ja, anscheinend verbraucht er dann keinen Ausdauer mehr. Und löst dann diesen Stack ein. Und seine Elementarfähigkeit ist super lustig. Ja, seine Ochse macht insane viel Schaden, wenn er die halt wirft. Und das kann verspotten, ne? Also das kippt und taunt an den Gegnern und die greifen an diesen Ochsen an. Und wenn er angegriffen wird, dann erhält Ito einen Stack. Seine Spezialfähigkeit, da holt er seine Keule raus. Und ja, wird er auf jeden Fall noch viel mehr Schaden austeilen. Und seine Angriffsgeschwindigkeit wird er erhöht und so weiter. Und er kriegt einen Angriffsboost basierend auf seine Verteidigung. Und kriegt Stacks, bla bla bla. Seine passiven Talente sind ziemlich gut, weil das einerseits seine Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Und auch generell seinen Schaden erhöht. Und seine letzte Passive sorgt uns dafür, dass wir einfach mehr Holz wiederkriegen. Und auf die Sternwieder gehe ich dann ein anderes Mal ein. Aber so habt ihr ganz kurz einen Überblick. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube schon, dass Ito ziemlich Spaß machen wird. Ich werde auf jeden Fall auf ihren Poolen. Schaut also unbedingt vorbei. Twitch.tv slash Heikstow. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert mich kostenfrei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund. Euer Hein. Bye bye.